Jo Freunde was geht und herzlich willkommen zur Gewinnspielauslosung der 2.572 die Monkey Business und diese Master Restribution oder wie die heißt ich weiß es nicht mehr tut mir leid und wie ihr schon seht 28 Teilnehmer und ja da habe ich schon ein paar Trade Links und dann würde ich einfach mal sagen gehen wir auf unsere berüchtigte Seite random.org ja da geben wir natürlich ein 1 bis 28 dann wünsche ich nochmals allen Teilnehmern ganz viel Glück ja und let's go die 16 das ist Nightshine herzlichen Glückwunsch du bist Gewinner von dem Gewinnspiel ich werde dir den Trade Offer zukommen lassen und ich wünsche dir ganz viel Glück ganz viel Spaß natürlich mit den Items und nicht zu vergessen Leute das Weihnachtsgewinnspiel läuft noch bis Mittwoch nächste Woche also noch drei nicht noch vier Tage also denkt daran schön fleißig mitmachen und ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und sage vielen Dank fürs mitmachen und bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss